Hä? Was soll ich jetzt finden? Weißschwänzige Mäuse oder Weißschwänzige Nishiki-Vögel? Hier sind wir alle ein bisschen komisch. Alles komisch. Aber trotzdem möchte ich jetzt nochmal in das Anfangsdorf, weil da war ja auch noch ein... Äh... So ein Häuschen. Das stimmt, in der Kujara-Range, da kriegen wir ja auch noch so'n, äh, diesen Sockel anscheinend. Ah! Oh, warum ist denn da eine grüne... Wir können nicht angreifen, wenn wir klein sind. Das ist natürlich ätzend. Warum ist denn das... Warum hab ich die noch nicht aufgemacht? Die grüne Kiste war doch die, die wir als allererstes aufmachen konnten, oder nicht? So, was ist hier? Das ist ein Maushaus. Ah, guck mal, das ist jetzt schon wieder ein bisschen schöner hier. So. Zwei Millionen. Wie viel haben wir denn? Wo war da denn hier... Status, ne? Äh... Eine Million. Was zur Hölle ist das für Musik? Was steht da auf dem Schild? Der absolute Berry-Nuss-Rekord. Höchste Nusszahl 0 Nüsse. Nusszahl bei diesem Versuch 0. Okay, das hört sich sehr nach Minispiel an. So, erstmal mit ihmchen, Yannis. Ich bin da nicht rausgegangen. Ihr wollt mit dem Viech da sprechen. Die denken jetzt bestimmt auch, ich bin total Banane. So. Dies ist das Mäusedorf. Wir sammeln alle fleißig Nahrung. Manchmal findet man seltene Nüsse im Feld. Sie heißen Spezialnüsse. Wenn du sie anfasst, kriegst du das Gefühl, schnell rennen zu wollen. Und wenn du schnell bist, sammelst du mehr Nüsse. Mhm. Mampf, mampf, mampf. Wir essen achtmal am Tag. Müssen wir. Mampf, mampf. Diese Berry-Nüsse sind echt toll. Schade, dass die Menschen sie nicht essen. Warum schade? Da habt ihr doch mehr von. So, du bist am Pennen. Der rote Vogel. Wer kümmert sich um ihn? Schmerz. Mampf, niam, niam. Überlass das Sammeln mir. Obwohl ich so müde bin. Wollt ihr wissen, was wir machen? Wir sammeln hier Nüsse. Leckere Berry-Nüsse. Berry-Nüsse schießen aus dem Boden. Und wenn es ein Beben gibt... Wenn es ein... Ich glaub, da war kein Und. Das Sammeln ist schwer. Dein Boden schließt sich schnell wieder. Ransche schicken wir an unsere Freunde. Deshalb müssen wir mindestens 100 auf einmal sammeln. Sonst reicht es nicht. Wir lieben Berry-Nüsse. Wir essen sie achtmal am Tag. Hey, ich habe eine Idee. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr uns helfen, Berry-Nüsse zu sammeln. Ja, will ich, bitte. Ich will wissen, was das für ein Minispiel ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das sowas ist wie dieses Eis-Popcorn-Sammeln bei Spyro. Hm, wenn ihr mal Zeit habt, sagt uns Bescheid. Ich habe jetzt Zeit. So. Geht ihr uns also ein paar suchen? Ja. Hey. Da ist eine Katze auf dem... Auf der Tür. Na gut. Dann steigt auf. Bevor die Berry-Nüsse verschwinden. Müssen wir jetzt auf dem Reiten oder was? Ich will 100 gefunden haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch so wieder was ist. Kujara-Range-mäßig, wo wir so ein super-hyper-tolles Item bekommen. Wenn wir das 10 mal machen oder so. Warum müssen wir auf dem Vieh reiten? Kriege ich noch... Los, wir sammeln Berry-Nüsse. Wir... Okay, ich hatte mir irgendwas... Okay, das geht sehr Richtung Donkey Kong. Okay, das war ja easy peasy. Das war ja echt easy. Hey, hey, hey. Nicht schlecht. Ihr habt 100 Nüsse gebraucht. Gebracht. Das reicht gerade so für unsere Freunde. Und das ist für euch. Was ist das? Nitterpilz erhalten. Damit könnt ihr euch winzig machen. Und auch wieder normal. Oh, geil. Dann müssen wir nicht dieses komische Ding benutzen. Und wenn ihr kleiner seid, könnt ihr jederzeit zum Spielen wiederkommen. Na, willst du weitersammeln? Diesmal ist es das Feld da drüben. Oh nein, da ist ein Pilz davor. Wir kriegen die Tür nicht aus. Wie du siehst, versperrt diese Riesenpilze den Zugang zum Feld. Wir müssen uns darunter durchgraben, um die Pilze zu bewegen. Hast du eine Schaufel oder so? Eine Schaufel. Ah, der Löffel. Cool, das ist genau richtig. Lass doch den armen Pilz in Ruhe. Ich mag Pilze. Also ich mag sie nicht essen. Aber ich mag Pilze so vom Aussehen. Die sind voll cool. Das ist doch bestens. So, ich möchte jetzt gerne das andere machen. Dank dir können wir auch dieses Feld abtrennen. Es gibt noch andere hier. Du musst also noch eine Menge sammeln. Ich weiß, es ist hart. Aber halt durch. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ich bin fertig. Bereits zum Sammeln? Probleme mit dem Wagen, was? Hey! Na gut, steig auf und sammle so viele Bärinüsse, wie du kannst. Er ist gut zu Fuß. Okay, das heißt, ich schätze mal, der wird ein bisschen schneller sein als die anderen. Also als der andere. Ich muss mal gucken, ob wir ein... Hier auch mit analog. Analog. Dings können wir leider nicht arbeiten. Oh, das stört richtig hart mit dem Beschleunigungskram. 169. Das ist Rekord. Boah, bestimmt 200 oder so. Kann ich mir vorstellen. Das sind leider zu wenig. Hm. Das reicht einfach nicht. Das genügt nicht. Könnt ihr versuchen, noch mehr zu finden? Okay, ich versuch's nochmal. Aber ihr könnt mir ja gerne sagen, wie viel ich da brauche. Ich schätze mal 200. Also 200 wären machbar, wenn man nicht so dumm da durch die Gegend rennt, so wie ich. Aber halt diese Beschleunigungsdinger sind halt kacke, weil man nicht so wirklich da lenken kann. Irgendwie. So. So. Die Beschleunigungsdinger will ich gar nicht haben. Hier drüben war noch was, hab ich gesehen. Ja. Okay, wir haben... Komm, 250. Ja. 251. Wehe, das reicht nicht. Das war eigentlich schon sehr gut. Bitte. Bitte, 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 bitte. So viele Nüsse? Beeindruckend. Das ist eine ganze Menge. Ja, ich weiß. Ich hab mich auch sehr dafür angestrengt. Ihr habt hart gearbeitet. Hier, habt ihr eine Belohnung. Ah. Goldener Stern. Hoffentlich könnt ihr mal wieder beim Sammeln helfen. Nein, machen wir nicht. So. Und ich werde jetzt auch mich hier wieder verpissen und abspeichern. Oh, die Musik, die macht mich ganz kirre hier, ey. Vor allem mit dem Mäusegezirpe. So. So. Dann gehen wir ganz zum Anfang. Ganz zum Anfang, ganz zum Anfang. Ja, natürlich. Da können wir speichern. Städte Fische. Ja. Ähm. Ich speichere gerade noch ab. Moment. So. Speichern. Okay. So. Ähm. Ich hoffe, die heutige Aufnahme hat euch gefallen. Es war... Ein bisschen. Also, wir haben etwas geschafft. Aber gut. Dann werden wir uns hoffentlich bei der nächsten Aufnahme wiedersehen. Bis dann. Tschüss.